hey leute willkommen hier zu diesem neuen video auf meinem kanal magic stones da das letzte video zum lego reselling so unglaublich gut bei euch ankam habe ich mir gedacht mache ich heute doch direkt mal einen zweiten teil zu diesem thema ich habe das letzte mal auch versprochen und wie ich da auch gesagt habe geht es heute mal um alle meine lego reselling sets die ich so besitze ja ich bin ehrlich ich weiß gerade gar nicht genau wie viele sätze sind ich glaube sind so zehn elf ja vielleicht auch zwölf stück ich bin mir gerade nicht sicher aber ihr werdet ja im laufe des videos sehen also bleibt auf jeden fall bis zum ende dran es lohnt sich und genau wenn ihr neu seid dann lasst doch jetzt ein abo da mich würde sehr freuen und ich würde sagen wir verlieren gar nicht viel zeit und ich zeige euch mal meine sets aber bevor ich jetzt gleich mit euch jedes einzelne set durchgehen habe ich mir gedacht zeige ich euch erst mal wo ich genau diese sets aufbewahre wie ich sie aufbewahre und erzähle euch ein bisschen was davon also würde ich sagen los geht's ja jetzt nach 100 jahren bis der fokus endlich mal ging habe ich es geschafft euch endlich mal ein bisschen bildqualität zu liefern naja geht so ihr seht ich habe hier insgesamt zwei kartons übrigens das möchte ich jetzt ganz kurz anmerken ich glaube das ist jetzt der erste moment in der geschichte meines kanals wo ich nicht den weißen tisch filme wo ich sonst immer die reviews aufnehmen sondern auch mal zumindest ein teil von meinem zimmer hier man sieht man ein bisschen ja und ja eine kleine premiere tatsächlich ist mir aufgefallen aber egal wen juckt es ne jetzt zum thema wieder ihr seht ich bewahre die sets in kartons auf ich kann mich auch ganz kurz ein bisschen vorholen ihr seht da sind selbst drin ja und ein paar stehen auf meinem tisch damit ein bisschen cool aussieht vorne und es ist folgendermaßen ich habe mir die meisten von diesen sets ich hole gerade einfach mal eins raus damit ihr hier nicht den beigen karton hier anstarren müsst ich nehme einfach gerade mal das hier die meisten dieser sets so wie das hier bestelle ich mir ja angenommen jetzt bei amazon und diese set sich guckt auch direkt immer wenn die angeliefert kommen dass die verpackung in sehr guten zustand ist und mein tipp auch an euch wenn die verpackung in keinem guten zustand ist das hatte ich jetzt tatsächlich bisher erst einmal bei so einem kleinen lego speed champions racer wenn die in keinem guten zustand ist ihr könnt ihr auch überall gucken dann schickt lieber noch mal zurück und bestellt euch noch mal neu weil wenn die verpackung beschädigt ist dann ist es dann öfters mal schwieriger das für den richtigen preis weiter zu kaufen und genau das ist ein kleiner tipp und jetzt mal wie ich diese sets hier aufbewahre ihr seht es in einem karton von lego und es ist folgendermaßen ich bewahre diese kartons aus einem diese diese sets aus einem ganz ganz klaren grund in diesen kartons auf eben einfach nur dass sie nicht einstauben ich denke jeder kennt das auch das problem gerade bei lego sets wenn man die ins regal stellt stauben die nach der zeit ein und so ist es eben bei diesen kartons hier oder bei den set kartons auch und deswegen stehe ich die hier eben einfach in in diese größere box in diesen größeren karton meistens dass ich sie auch einfach gerade in dem oder manchmal jetzt wieder hinten zum beispiel dass ich sie auch gerade in dem karton ein modi zugeschickt worden sind genau das war jetzt einfach mal alles ganz kurz vorweg und jetzt würde ich sagen zeige ich euch wie versprochen einfach mal alle meine reselling sets also fangen wir an mit set nummer 1 ja leute ich habe sich jetzt gerade 100 jahre lang in die kamera reingehoben vielleicht wäre es dann auch ganz geschickt wenn wir jetzt mit dem einfach mal anfangen das ist hier der lego harry potter oder das lego harry potter set von 2019 die rückkehr von lord voldemort stellt eben die friedhofs szene aus teil 4 harry potter und der feuerkelch da ich habe zu dem set auch schon review gemacht und ihr seht ich habe es mir eben einfach noch mal geholt zum resellen jetzt die frage warum habe ich mir zum resen geholt ganz einfach es sind vier exklusive minifiguren in diesem set dabei einmal harry potter natürlich dann haben wir peter pedigrew alias wurmschwanz dann haben wir lord voldemort diese auflage von lord voldemort ist auch exklusiv und noch einen tod es sah alles figuren die exklusiv sind und somit potenziell auch gut im wert steigen können zudem es ist natürlich auch ganz cool harry potter ist ein lizenz thema geht also eigentlich immer gerade auch wenn man sich die alten lego harry potter set anschaut von 2005 2006 2007 zum beispiel ja das tut manchmal ganz schön weh wenn man sich diese set bestellen möchte und dann die preise sieht und ich habe zudem noch ein anderes lego harry potter set ich weiß nicht ob ihr es vorhin schon ganz kurz gesehen habt beim intro oder beim einstieg ins video und zwar ist es hier das andere set des ex pecto padronum set auch von harry potter natürlich und ich habe mir das set auch aus einem bestimmten grund geholt wir haben natürlich einmal dementoren drin die sind jetzt nicht exklusiv aber die sind natürlich auch coole minifiguren harry potter hier ist auch keine exklusiv figur aber dafür ist es hier ist black natürlich und wir haben hier diesen hier ist hier ist diesen patronus hirsch von harry dabei und ich glaube dass dieses set deutlich im wert steigen kann auch wieder aus den selben gründen über andern weil sie im harry potter ist ein lizenz thema und eben auch gerade wegen diesen patronus weil das eben das einzige set ist wo dieser patronus dabei ist und ich glaube wenn es vom markt geht könnte das mal sehr gefragt sein ist aber natürlich noch meine meinung und es kostet auch gar nicht so viel ich glaube 20 euro oder 19,99 halt von dem her ich habe es mir auch von meinem klaschengeld gekauft ja und von lego harry potter gehen wir gerade weiter zu einer anderen lieblingsfilmreihe von mir und zwar zu star wars und hier eben lego star wars ich glaube ich brauche euch zu den sätzen nicht viel sagen ich habe es im letzten video schon zu beiden was gesagt ich habe den speedracer da oder potracer von anakin skywalker zweimal gekauft auch aus den besagten gründen aus dem letzten video ist halt eine exklusive figur auch dabei eben der luke skywalker ist ein 20 jahre set von dem her bin ich davon überzeugt und zudem oben da habe ich euch ja schon was dazu gesagt das ist eben auch schon im wert gestiegen dieses set ich habe sie 49 gekauft liegt sie zu zwischen 70 und 100 wird so bei amazon bei ebay gehandelt von dem her habe ich da auch schon einen wert anstieg oder einen preis anstieg und ich glaube mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen ja und gehen wir gerade noch mal zurück zu harry potter denn da habe ich ein großes set vergessen ein sehr großes set und zwar ist es hier die große halle von hogwarts zu diesem set habe ich mein erstes review hier auf diesem kanal gemacht ja ganz kurz es ist ja es kostet ja bekannterweise bei der unverbindlichen preisempfehlung 100 euro also 99 99 und ich habe natürlich nicht von meinem taschengeld gekauft weil es kostet ja 100 euro ist zwar sehr teuer aber ich habe es zu einem passenden angebot bekommen ich habe es für 70 euro bei amazon gekauft das ist auch immer mein tipp an euch also wenn ihr dieses set auch kaufen wollt gerade vielleicht auch größere dann guckt jetzt auch gerade zum beispiel beim black friday waren jetzt auch viele angebote drin oder auch gerade kurz vor weihnachten da sind die sets eigentlich immer gut rabattiert da könnt ihr mal schauen dann gibt es die meistens auch ein bisschen günstiger ich habe es mir jetzt im letzten frühjahr geholt da war es auch reduziert und da habe ich dann gedacht dieses set muss ich mitnehmen für 70 euro hat auch auf jeden fall finde ich ein gutes potenzial und ich bin davon überzeugt dass dieses set hier auch im wert steigen kann und das nächste set ist von lego avengers und heißt keine ahnung ich bin überhaupt nicht im avengers thema drin auch nicht im lego avengers thema überhaupt gar nicht ich habe nicht mal ich weiß eben nicht mal wie die set heißt aber wenn ich dazu was sagen darf ich habe wie gesagt die filme nicht geguckt ich habe mir dazu zu diesem set videos angeschaut auf youtube obwohl es mich eigentlich nicht interessiert ich würde es niemals selber kaufen zum bauen weil ich einfach mich für dieses thema interessiert so die sie oder so das geht vollkommen aber marvel avengers geht bei mir gar nicht und dieses set wurde mir empfohlen in youtube videos und auch im internet wurde es empfohlen dass das zum resellen wohl ganz gut ist eben aufgrund der zwei riesen figuren da wie heißen die einmal hulk den kenne ich und einmal tannos dass diese beiden figuren wohl im wert steigen ich habe dann auch geschaut es ist tatsächlich so besonders tannos der die werden teilweise schon sehr sehr hoch gehandelt diese figuren also für minifiguren vom preis her deswegen habe ich gedacht dieses set hat potenzial und ich habe es mir auch bei einem rabatt natürlich gekauft ich würde dafür niemals 100 euro ausgeben aber ich habe 60 euro bekommen muss kurz gucken wo es war ich glaube es war auch bei amazon meine ich da habe ich es gekauft eben rabattiert und da habe ich dann eben ja mitgenommen auch mal obwohl ich überhaupt nicht in diesem thema drin bin ich denke auf jeden fall dass dieses set sehr im wert steigen kann allein wegen der beiden riesen figuren da hat es denke ich sehr sehr viel potenzial und ja wenn ihr genauere details über das set wisst wie gesagt ich weiß nicht mal den namen dann schreibt es mir gerne in die kommentare rein als nächstes geht es weiter mit der lego speed champions reihe zur speed champions reihe habe ich auch schon im letzten video was gesagt dass ich eben denke weil es markenautos sind lizenz thema dass die im wert steigen können und da habe ich euch schon den mclaren da rechts gezeigt und da links habe ich aber auch noch ein set das ist so mini cooper und sohn so ein buggy halt keine ahnung ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus aber dieses set geht jetzt dann vom markt tatsächlich wenn ihr euch die end of life list also die setz die listen von den sets die vom markt gehen im internet anschaut dann ist dieses set das hat die unverbindliche preisempfehlung von 39,99 ist da aufgelistet und ne von 49,99 so rum ist die unverbindliche preisempfehlung ist 49,99 und ich habe so 39 geholt so rum und ich würde auf jeden fall also wenn wenn ihr daran interesse habt dann jetzt noch zuschlagen weil das geht jetzt dann vom markt und ich glaube auch dass dieses set auf jeden fall einen guten preisanstieg haben kann auch wieder weil es lizenz themen sind ja und als nächstes ich glaube das war's dann oder ich muss mal schauen ich glaube das war's erstmal dann von meinen reselling sets habe ich hier dann noch den lego ideas des lego ideas fustinosaurier fossilien set die meisten von euch werden vermutlich kennen die öfters mal mit lego ein bisschen zu tun haben das setz sieht auf jeden fall optisch echt cool aus ja und ähm ich habe das glück gehabt dass ich das geschenkt bekommen habe aber ich so in diesem dinosaurier lego thema nicht also jurassic world finde ich cool aber so ich das hat spricht mich irgendwie nicht an und deswegen habe ich gedacht ich stelle sie mal einfach auf diese seite und guck mal ob das eine wertsteigerung haben könnte heißt ich habe dafür insgesamt 0 euro ausgegeben und werde auf jeden fall das mit einem profit verkaufen dann klar aber ich denke dass dieses set auf jeden fall allein auch weil es lego ideas ist einen guten preis anstieg erzielen kann ich bin mal gespannt ich bin mir hier aber allerdings nicht zu 100 prozent sicher da bin ich mir gerade bei den star wars 20 jahre setz bei den speed james und bei den harry potter setz ein bisschen sicherer aber hier kann ich eben auch keinen großen verlust machen von dem her habe ich das eben auch einfach in meine lego reselling sammlung mit aufgenommen ja leute und das waren dann mal einfach alle lego reselling setz von mir und ich weiß aber immer noch nicht so ganz wie viele genau das jetzt sind wenn ihr mitgezählt habt dann schreibt es mir unten in die kommentare rein und ich glaube das war es dann für heute sonst habe ich nichts mehr und wir haben uns dann das nächste mal auf jeden fall wieder bis dahin bleibt dran ciao und